da kommt kevin tschüss kevin was für ein depp siehst du ja er hat noch nicht genug jetzt hat er genug ja da hinten liegt noch einer zu denen schon wo warte mal ich nehme mal hier kurz ja und dazwischen liegen auch noch welche und hier schließen auch ganz viele guck mal ja wie geil hatte ich nehme hier hinten sind schon welche vom hauptblut die vom hauptblut sind dann schon alle erledigt noch tschüss auf wie bei und wer hat jetzt hier das in die luft die da unten ich nicht mehr sie sich nicht mehr stehe unterm zelt ja und runter kannst du da oben rein schießen ja mann ja so kann man das natürlich auch machen so kann man es auch machen ja das war gerade so günstig weil die die wissen da oben gewacht geworden ich habe ein hühnchen was ich habe kein hühnchen ort du bist eine petze ach ich habe ein hühnchen überfahren aber nur ein halbes sonja hat geflüchtet ja ja unfallflucht ja genau ja 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 nein habe ich gar nicht bin unschuldig ich hab's gesehen von daher was ich nicht weiß macht mich nicht rein oder ja auch also wir müssen ja jetzt hier ein ja irgendwie unten durch kalte küche wir können ja noch mal wie da müssen wir rein aber wir können hier noch mal spicken schnell wir haben wir rumtouren aber ich glaube nicht jedenfalls ist noch nicht gammelt nein nicht gammelt hier ist irgendwas das rucksäck ja immer das auto ja weil wir sehen ja ich weiß mit kartoffelsalat können wir essen und das kann ich mal wieder machen die handtasche nicht gesehen echt mal ich gehe die ist rot da draußen macht es immer warum kommen wir da waren dabei da waren aber die drin die der richtige drin jeder richtet jetzt habe ich das kann man vielleicht aufgenommen das meint weg ja das habe ich ausgeführt es war im rucksack so hatte gammelt sandwich hier das weg mit dem kram nutzen und wie gilt bis wir auch durch benutzen einmal laden habe ich okay so hier sind endlich mal was tot schießen hier keine fest hier meinen sonnenschein an das sage ich euch mag es dir glaube ich jetzt gehören verschütter warum er hat mich gehauen und jetzt habe ich keine vitamine hast du für mich vitamine ja habe ich halt warte ich muss gucken was ich habe ich habe euch ein schmerztabletter oder fitter ich habe alles gehirn erschütterung schmerzmittel bitteschön ich weiß warum ich eine apotheke mitnehmen hier dafür schenke ich dir ein schönes book benutzen denken wir gleich mal noch was im täschchen hinterher sonst haben sie gleich wieder jammert und hat burscht fertig was ist hier los hatte mal oh scheiße drops ne scheiße habe ich auch kein geld hat nur für 26 dollar oh scheiße droht was ist das das ist wenn du vom dach springst durch kaufen doch oh scheiße drops die die man nehmen muss ja war doch das nächste woche oder oder wochenende schaffen wir nicht nächste woche was denn mit kartoffersalat wo scheiße drops ist richtig wenn man vom dach springt da kannst du wenn du die genommen hast kannst du von jedem dach und er springen vom höchsten hoch aus haben wir das bedürfnis das zu tun manchmal ich hab doch höhe ja aber wenn du scheiße drops hast dann passiert der nächste dann gleich augen zu und springen jaja wo du musst du dieses krippeln im bauch was man nie warte kommt ja ich habe hier zwei bücher für dich kommen die kenne ich schon kannst du lesen ich habe den hier nicht den kenne ich noch nicht aber das was du mir geben wollte kappelfleisch wer will denn zu meist mir weiß ich noch nicht haben wir noch weiß ich nicht aber bestimmt hast du eigentlich schlagabwehr in deinen schuhen drinnen hier komm mal her mach das mal an deine schuhe damit du dir nicht ständig irgendwann bricht wenn du irgendwo fällst ja dankeschön ja siehst du so bin ich hast du den weißen wagen leer gemacht ich habe ich war in der ecke aber da habe ich gar nicht und auch noch ein werkzeug passen einem look bei rap kids das ist gut ich habe nämlich gar keine mehr ich kann jetzt die beifahrer mod diesen fahrer sitzplatz mod kennst du auch noch nicht mehr du hast als erstes wie gelernt das bitte aber die hatte ich doch glaube ich gelernt oder weiß nicht habe ich gelernt ich hatte ja gebaut aber ich weiß es ja auch sein könnte dass wir die irgendwoher bekommen haben das weiß man ja weiß ja auch nicht mehr auch das schon so lange her deswegen wie geht es dann durch komm erst mal rein noten da stehen ganz viele um die eck und schuhe bist du doch auch über sind auf sechs ne ich weiß ich warte ich gucke ich habe handschuhe auf sechs bester auf sechs nur die schuhe und der helm sind bei mir schon sind fünf und helme skier schon ist schon wieder hier fässer natürlich werden sie nach natürlich noch mal auf die verspüren sich selber den eingang da kommen wir im leben nicht durch ne aber ich habe die feste nicht gesprengt das ist schon mal gut und macht ihr immer kapum und kapeng und kapeng und kap heißt dann ja ja hier ist noch welche hinter ja nehmen wir mit natürlich ein sprit für den heimweg alles durch fertig beladen der kommt von hinten hier sind praktisch da kommt der kommt noch mal gelbe säckchen gelbe säckchen meiner deutsch geiler deutsch in den karton ich kann das drin klebeband ja gut also gar vertipp hier steht ein gelbes äckchen und einer sitzen typ in der gelben beste jetzt habe ich schon tot geschossen ja ja aber für moment hast du gedacht er lebt noch es braucht sollte vielleicht was anderes in die annehmen als meine steinach 6 ist ja muss man ganz kurz was gucken den kann ich lernen das kann ich zerlegen ob das ist draußen das kann ich lernen ob das ist draußen ja da so ein bisschen um experimentiert und eigentlich schon wieder gammelt ich werfe gammelfleisch auch nicht auch nicht nehmen macht doch nicht sowas so eine geräusche ja ist ja das war ja das gleich hinter dir hier ich sag dir ungefähr selber wahrscheinlich jetzt kann es ja fallen jetzt hast du ja denkst diese durch wir müssen hier durch durch macht er denn für geräusche da hier hast du den müllsack durch geguckt nieder ich versuche ja mich durchzuschlängeln ohne runter zu fallen ohne runter zu fallen so ich darf gammeln wegschmeißen ist das korrekt weg weg und dann bin ich ganz runter und dann müssen wir wieder hoch also so geht das nicht und nur hier kommen wir nicht durch das ist der kasse ja ja ich schleichen naja wir müssen weiß ich nicht irgendwo eine stelle wurde oder fest so jetzt müssen wir einen runter geht ja nicht möchte am liebsten oben auf diesem geländer lang laufen wir müssen wahrscheinlich hier rein ja wahrscheinlich die ist verschlossen okay dann nicht rein weiter zu weit auf dem kalender weiß nämlich die auf dahinten da ist auch der preister da vor dem ja wollen wir die wollen wir machen wir machen wir da dings sind genau hinter dir vorsicht habe ich mich gerade erschreckt ja das ist weggebrochen das einzige was noch steht ist ein block noch mehr drin wir müssen ja wieder weiter runter okay ja okay ich gehe schon mal vor ja wenn ich kann schon wieder zu dick jetzt das ist nur der pullover ab ist nur der pullover so weiter runter der eine der lärm machte der macht mich richtig nervös auch hier kann man nicht rein ja hier unten sind ja die ganzen armee ich wollte aber erst mal gardinen stadt geht auch die gardinenstange kein problem keine lust mehr auf penne eintopf doch penne eintopf ist lecker und jetzt ja wir müssen eigentlich hier runter fallen also eigentlich ist es so gedacht dass man darunter fällt wo sind die armee türbis die kommen gleich da kommen sie aber für den irgendwo muss noch sein hier hätte in dem tunnel drin na kommen sie raus oder was da kommt rein und da ist halbisch 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 oder stehen wir auf der liebe sonja schlaf gut ich wünsche dir dass du dich dass du dir nichts getan hast ansonsten morgen definitiv zum arzt gehen oder heute nacht wenn irgendwie übelkeit und sowas ja und karl-heins die wünschen mir natürlich auch eine gute nacht nacht süße träume ich denke ich pass nicht durch das loch zu dick das wollte ich hören die kommen dann hier oder haben wir einen da hinten ich glaube wir haben hier hinten einen vergessen das werden wir nachher sehen lassen es meist mal erst mal durch rocken oder wir wissen ja wo wir rein müssen so viele schon wieder nein nein kürze lasse klasse kommen netter aufs bett kann ich aufs bett doch ich kann aufs bett warum fahr jetzt um wer ist da im klo der kommt nicht raus der depp was zur hölle hallo hier war vielen dem verband stings sind auch dickes tool habe ich noch und hand kann ich sage ich doch gesagt ich gehe mal kurz hier ein bisschen lang weiß nicht wo du bist bei den betten wo wir gerade drauf gestanden haben genau zwischen unseren beiden betten ist loch da gehe ich mal kurz rein ok waren wir hier auf rohren ach da war ja 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 ich erinnere mich hat es ja auf jeden fall eine sackgasse ja es war auf jeden fall eine sackgasse genau hier war nur ein bisschen loot glaube ich wenn ich mich erinnere ja für es zumindest ist sie nur ein bisschen loot war wir sind türen ok ja vielleicht müssen wir dann später da lang ich warte auf dich ich erkunde nicht selber schmützchen schleicher mit den lasten bei heute geradezu was zu tun hier ist nischt hier ist ein bisschen munition munition ist man kein gutes zeichen das ist eine tasche waffentasche da ist tolles da oben ist noch ein karton aber die hole ich jetzt nicht so weit oder doch warte mein loot waren es schlimm warte mal ich kann ja mal gucken wo ich jetzt hier gerade bin bin ein genie gekommen hier durch stehe genau vor deinem löschle vielleicht geht es ja hier dann nicht weiter ich meine es nicht wenn der loot waren richtig kick da komme ich nicht ran komme ich so ran vor allem wenn du was schönes finden würdest meistens findest du ja nur grützendreck das ist wohl wahr leider leider weil sie von wo der loot ist aber von dieser seite daheim er ich jetzt nicht tausend mal auf hier was hinter hier ist eine tür und die tür offen nie die ist verschlossen ok die tür ist verschlossen dann kommt zurück dann würde ich sagen gleich durch den anderen schlafraum weiter ja mein hund dreht heute aber richtig da hatte ich schon geguckt und das medizin schränke weiter hier hier geht es weiter munter weiter ob man hier in den schönen frank ist bestimmt schön und militär höchstscher bücherregal papier ich wusste es wieso gucke ich überhaupt noch ein so guck mal hier pass mal auf weiter mal kommen wir bitte kurz zurück so das buch kenne ich schon war doch noch eins gewesen jetzt kenne ich mich ich habe auch noch ein paar bücher hier dickes tools und handfeuerwaffe das kann ich auch schon was du mir gegeben hier ist nur eins was du hast was ich noch für dich habe aber es hat der fetting mond das kann ich auch schon das kennen wir schon komm rein du hast da scherben gemacht ich habe scherben ja da hinten sitzt auch einer genau gerade durch jetzt bei mir leute leute leuchtet euch nieder schluss jetzt da kommt noch ein da hinten guck mal da ist jemand kurz ins waschzember du schaffst dass man oh bitte was gehen wir kurz ins waschzember du schaffst das gammelfleisch dein ernst dafür gehe ich jetzt ins waschcenter man sollte doch in wäschekörbe gucken man findet ganz viel zeug das ist doch ganz außergewöhnlich warum warum muss man in der waschmaschine kartoffeln finden so das kann weg das können wir zerlegen die mütze können wir zerlegen ach da bist du drin berottet das fleisch hier ist noch ein kleiner sechscher darf ich dich ärgern heute ein bisschen so ganz kleines bisschen nein bitte nicht ich bin doch noch drauf ich weiß ja aber nur ganz kleines bisschen ich hätte dir nur ein buch zum lesen gegeben ja kochbuch genau das genau das er steht da und zuckt kommt ja dann hau ihn nieder manchmal mit dem britzelstab hallo der herr ja noch mal britzel so ein bisschen mehr ja drei britzelstab gar nicht warum ich hab keine ausdauer habe ich halt nicht gespielt nein doch nicht moment der tod ich glaube schon abtorscht das habe ich ja nicht gespielt ich habe hier hast du mir die bücher jetzt gegeben oder wo kommen die hier nein habe ich nicht ob das bist du ich habe dir keine bücher gegeben nein nein ich habe hier ich habe mich nicht getraut ja ist doch nicht schlimm so warte mal ich brauchte benutzen schlapper schlapper ja essen sollte ich vielleicht auch mal spagetti bolloknese ja wunderbärchen die hunger abschnitt die hunger abschnitt nein nein ein hunger